Heute geht es um die Vorschrift des 166 BGB und den schauen wir uns anhand von vielen Beispielen an, dann wird das klar. Also, Z gibt seiner Mitarbeiterin V eine Vollmacht, ein Bild für seine Galerie zu kaufen. V kommt in das Geschäft von D und sagt, dass sie ein Bild für Z in seinem Namen kaufen möchte. Sie nimmt einen Gefallen an dem Bild Lisa Mona und der D, der täuscht jetzt der V vor, dass das Bild von dem Maler L gemalt worden sei. In Wahrheit ist das Bild aber von dem Maler M. Jetzt kauft die V das Bild im Namen von Z und es kommt ein Kaufvertrag zwischen Z und D zustande, 164.1 BGB. Und die Frage ist jetzt, kann der Z seine Willenserklärung anfechten? Hier empfiehlt es sich meiner Meinung nach, dass sie als ersten Prüfungspunkt die maßgebliche Person prüft. Weil sonst ist dieser 166 irgendwie schwer zu verorten. Ich würde als ersten Prüfungspunkt maßgebliche Person machen. Dann kommt ihr auf den 166 Absatz 1. Darin steht, soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die Kenntnis oder das Kennenmüssen gewisser Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern die Person des Vertreters in Betracht. Also auf Deutsch, wenn es um Willensmängel geht oder um Kenntnis oder Kennenmüssen, dann müssen wir auf den Vertreter schauen und nicht auf den Zuvertretenen. Das sagt der 166 Absatz 1. Gut, also hier 166 Absatz 1, Variante 1, jetzt wegen Willensmängel. Okay, die maßgebliche Person ist hier die Vertreterin V. Das sagt der 166 Absatz 1. Anfechtungsgrund, wir schauen auf die V. Die V wurde getäuscht, arglistig getäuscht. Dementsprechend liegt ein Anfechtungsgrund vor nach 123 Absatz 1, Variante 1 BGB. Ja, Anfechtungserklärung, Anfechtungsgegner ist der D, Anfechtungsfrist beim 123 ist der 124 BGB. Und hier kann man dann sagen, sofern der Z die Anfechtung erklärt, ist die Willenserklärung von Z, Extung, nichtig, 142 Absatz 1 BGB. Okay, also hier wichtig, das wollte ich mit diesem Beispiel zeigen, dieser erste Prüfungspunkt, maßgebliche Person, dieser, das ist so die Quintessenz hinter dem 166 Absatz 1. Gut, dann wollte ich noch ganz kurz auf die Anfechtungsberechtigung schauen, weil in den ersten Semestern ist das immer so ein Problem, zumindest bei uns an der LMU gewesen. Und die Frage ist, wer muss die Anfechtung überhaupt erklären? Also hier in unserem Beispielfall, kann die V die Anfechtung erklären oder muss Z die Anfechtung erklären? Ich habe es hier in der Lösung schon vorweggenommen ein bisschen. Und das ist auch richtig so. Also der Grundsatz ist, dass der Vertretende, also der Z, der muss die Anfechtung erklären und der Grund dafür ist einleuchtend, weil der Vertrag kommt ja zwischen dem Z und dem D zustande, 164 Absatz 1 BGB. Also die beiden haben ja den Vertrag. Deswegen kommt es für die Anfechtungsberechtigung auch immer erst im Grundsatz auf den Zuvertretenden an, also auf den Z. Die Ausnahme hiervon ist, wenn der Vertreter Vertretungsmacht hat, auch bezüglich der Anfechtung, also wenn der Z hier der V auch Vertretungsmacht dafür eingeräumt hat, dass sie die Anfechtung erklären darf, das muss man natürlich über die Auslegung ermitteln. Ja, oder halt, wenn es um eine gesetzliche Vertretungsmacht geht, muss man ins Gesetz schauen. Und wenn die V beispielsweise Prokuristin war, dann ist sie definitiv auch berechtigt, alle Probleme sozusagen, die es im Geschäft gibt, diese abzuwickeln. Und in dem Fall dürfte dann die V auch die Anfechtung erklären. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, auf wessen Kenntnis kommt es für die Fristwahrung, Fristwahrung, hier fehlen eher, auf die Fristwahrung nach den 121 oder nach dem 124 BGB an. Und auch hier, der Grundsatz ist wieder hier, der Vertretende, die Ausnahme ist, wenn die V Vollmacht oder Vertretungsmacht, besser gesagt, Vertretungsmacht dafür hat, dass sie auch alles mit der Anfechtung machen darf, dann kommt es auf die Kenntnis der V an, weil der 166 Absatz 1 BGB, der sagt ja, dass es auf das Kennen oder, ja, auf das Kennen der Person des Vertreters ankommt. Also hier müsst ihr gegebenenfalls die Vertretungsmacht auslegen, die hier der V eingeräumt wurde. Letzter Punkt zu der Anfechtungsberechtigung. Was ist zu beachten, wenn der bevollmächtigte Vertreter die Anfechtung erklärt? Also nehmen wir an, die V hatte jetzt die Vertretungsmacht für alles mit Willensmängeln und so, das durfte die auch alles machen. Hier müsst ihr beachten, dass es ein einseitiges Rechtsgeschäft ist und bei einseitigen Rechtsgeschäften müsst ihr im Vertretungsrecht und auch im Minderjährigenrecht, da gibt es auch den 111, ja, ich meine 111 ist es, naja, hier im Vertreter, im Stellvertretungsrecht ist es der 174 BGB und der sagt, wenn ein einseitiges Rechtsgeschäft vorgenommen wird, also beispielsweise die Anfechtung, dann kann der Dritte dieses einseitige Rechtsgeschäft zurückweisen und die Zurückweisung ist aber ausgeschlossen, wenn der Vollmachtgeber, ja, den anderen in Kenntnis gesetzt hat oder auch, wenn eine Vollmachtsurkunde vorgelegt wird. Solltet ihr immer so im Hinterkopf behalten, Professor Lorenz hat den Fall gemacht, in der Vorlesung, dass, ja, bei euch in der Miet, oder ich bin jetzt hier Mieter, da klingelt jetzt jemand bei mir und sagt, hey, ich bin von deinem Vermieter, das ist irgendeine GmbH oder so, und ich kündige jetzt deine Wohnung zum nächstmöglichen Termin. So, in diesem Fall, Kündigung ist natürlich auch, Gestaltungsrecht ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, so, und da könnte man ja als Jurist oder als Jurastudent dann auf den 174 BGB kommen und sagen, hey, leg mir erstmal deine Vollmachtsurkunde vor, sonst, oder ich weise erstmal dein Geschäft zurück, leg mir erstmal deine Vollmachtsurkunde vor. Das Problem ist, dieser 174 BGB, der gilt nur bei der Vollmacht, und bei gesetzlicher Vertretungsmacht, so könnte es ja sein, das steht ja nicht auf der Stirn von einer Person, da bringt dieser 174 BGB nichts. Okay. Jetzt noch ein Beispiel, ganz kurzes Beispiel, Z gibt seiner Mitarbeiterin V wieder eine Vollmacht, ein Bild für seine Galerie zu kaufen, V kommt in das Geschäft von D und sagt, dass sie ein Bild für Z kaufen möchte, sie nimmt einen Gefallen an dem Bild Lisa Mona, V kauft jetzt das Bild, hier bei D, D übergibt und übereignet das Bild, was V jedoch nicht weiß und auch nicht wissen musste, D hat das Bild von M nur geliehen. Also hier ist noch der Maler und hier ist ein Leihvertrag nach 598 BGB. Und jetzt stellt sich die Frage, ist der Z hier Eigentümer geworden? Ich möchte das nur ganz kurz durchmachen. Ihr wisst, bei 929 die Einigung, das ist ein dinglicher Vertrag, das ist eine Willenserklärung, hier ist der 164 Absatz 1 anwendbar. Bei der Übergabe, das ist ein Realakt, da kann man den 164 Absatz 1 nicht anwenden, weil im 164 Absatz 1 steht drin, Willenserklärung. Also bei der Übergabe dürft ihr nichts mit 164 Absatz 1 schreiben, genau einig sein, Berechtigung und so weiter, liegt alles vor. Und dann kommt ihr zum guten Glauben beim gutgläubigen Erwerb, weil der D ist ja nicht Berechtigter, der D ist nicht Eigentümer. Dementsprechend stellt sich die Frage, ob der Z hier gutgläubig erwerben konnte. Und dafür ist unter anderem eine Voraussetzung, dass der Z gutgläubig ist. Aber, das war jetzt falsch, was ich gesagt habe, aber auch bewusst falsch, weil hier müsst ihr ja auf die maßgebliche Person wieder schauen. Und die maßgebliche Person ist ja hier die V. Weil 166 Absatz 1 BGB sagt, wenn es auf das Kennen oder Kennenmüssen ankommt, dann schauen wir auf den Vertreter. Und beim 932 Absatz 2 BGB kommt es ja auf die Kenntnis an, wenn ihm bekannt oder in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist. Also hier kommt es auf die Kenntnis an beim 932 Absatz 2 BGB. Dementsprechend ist der 166 Absatz 1 hier anwendbar. Somit ist die maßgebliche Person die V. Die V war hier gutgläubig mangels entgegenstehender Angaben im Sachverhalt. Und, ja, viel besser oder noch ein besseres Argument ist, dass hier ja eine negative Formulierung verwendet wird. Im 932 Absatz 2 BGB. Dementsprechend wird hier die Gutgläubigkeit vermutet. Das ist das deutlich bessere Argument. Das solltet ihr in der Klausur schreiben. Nicht das mit den mangels entgegenstehenden Angaben. Das ist nicht so schön. Genau. Also hier wird vermutet und dementsprechend war die gutgläubig und dementsprechend ist dann der Z hier nach 929 932 BGB Eigentümer geworden. Gut. Und jetzt komme ich endlich zu dem 166 Absatz 2. Z weiß, dass der D ein Gauner ist und alle seine Bilder nur von M geliehen hat. Er gibt jetzt seiner Mitarbeiterin V eine Vollmacht, die von den Umständen nichts weiß. Sie solle ein passendes Bild für Z kaufen. V kauft jetzt das Bild Lohner Mieser. Okay. Und in diesem Fall stellt sich auch wieder die Frage ist der Z hier Eigentümer geworden und ihr merkt schon den Unterschied. Der erste Satz sagt eigentlich schon alles aus und hier verweise ich auf die vorherige Lösung. Das ist genau wie gerade. Wir kommen wieder zum gutgläubigen Erwerb und hier stellt sich dann die Frage ja, liegt guter Glaube vor. Maßgebliche Person ist hier eigentlich die V. Weil die gerade auch es kommt beim 932 Absatz 2 auf das Kennen oder Kennen müssen an. Das ist ja, im 166 steht das so drin. Dementsprechend ist der 166 anwendbar. 166 Absatz 1 anwendbar und somit müssen wir auf die Person des V schauen. Eigentlich. Jetzt kommt aber der 166 Absatz 2 und der 166 Absatz 2 der sagt hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht der Vertreter nach bestimmten Weisungen des Vollmachtsgebers gehandelt. So kann sich dieser in Ansehnung solcher Umstände die er selbst kannte nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen. Dasselbe gilt von Umständen die der Vollmachtgeber kennen musste. Genau. Okay. Hier müsst ihr ganz genau durchprüfen. Erste Voraussetzung und das ist ganz wichtig. Die erste Voraussetzung hier ist wir brauchen eine rechtsgeschäftlich bestellte Vertretungsmacht. Also eine Vollmacht. Nicht eine durch Gesetz. Also schauen wir in den Sachverhalt und der Z hat hier der V eine Vollmacht gegeben. Okay. Die V hat auch nach bestimmten Weisungen des Z gehandelt weil der hat gesagt hey kauf in dem Geschäft von dem D ein Bild. Ich hab's jetzt so gemacht dass der Z nicht gesagt hat kauf dieses Bild weil dann wäre ja die V wäre ja dann Boten gewesen und das wollte ich nicht. Deswegen der hat einfach nur gesagt geh in dieses Geschäft und dann hatte sie ja noch einen Entscheidungsspielraum welches Bild sie kauft. Dementsprechend auch der Vertreter mit gebundener Marschroute ist ein Vertreter. Okay. Also das ist auch dann der Fall V okay und das ist jetzt hier auch nochmal wichtig die V hatte keine Kenntnis oder auch keine fahrlässige Unkenntnis von dem Umstand dass D die Bilder nur geliehen hat. Das wusste die V nicht. Die V war im Dunkeln. Der Z der kannte aber Umstände die die V nicht kannte und somit kommen wir Ergebnis dass 166 Absatz 2 einschlägig ist. Somit kann sich der Z der zu Vertretende nicht auf die Unkenntnis seiner Vertreterin berufen und folglich ist der Z hier nicht Eigentümer nach 929 932 BGB geworden. Also das ist wichtig hier nochmal Absatz 266 Absatz 2 gilt nur bei Vollmacht also bei der rechtsgeschäftlich eingeräumten Vertretungsmacht nicht bei der gesetzlichen Vertretungsmacht wobei man da natürlich natürlich dann Analogien ja bedenken könnte zumindest. Okay ja was ist der Sinn und Zweck hinter dem 166 Absatz 2 ihr habt es schon gesehen oder gemerkt denke ich der 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 zu vertretene der Z war in unserem Beispiel der war böse und der soll jetzt nicht durch die Unwissenheit seines Vertreters irgendwie bevorteilt werden der soll jetzt nicht der gutgläubige Erwerb soll jetzt jetzt in diesem speziellen Fall sollte der gutgläubige Erwerb nicht möglich sein weil der zu vertretene der Z der kannte Umstände die die Vertreterin nicht kannte und somit musste der Gesetzgeber die Regel des 166 Absatz 1 in diesen Fällen ja aushebeln und hat es auch so gemacht Okay letztes Beispiel oder vorletztes Beispiel Z gibt seiner Mitarbeiterin und Kunstexpertin V eine Vollmacht ein Bild für seine Galerie zu kaufen V kommt in das Geschäft von D und sagt dass sie für Z ein Bild kaufen möchte sie nimmt einen Gefallen an dem Bild Lona Misa es beschildert es ist beschildert mit dem Preis von 10.000 Euro das kommt der V als Kunstexpertin sehr wenig vor sie geht mit dem Bild zur Kasse und D zieht das Bild halt über die Kasse es macht Piep und der D verkauft das Bild für 10.000 Euro einen Tag später merkt der D dass er das Bild mit einem falschen Preisschild versehen hat kann der D hier seine Willenserklärung anfechten und die Antwort ist nein ihr dürft euch hier nicht von mir irgendwie verwirren lassen hier liegt doch ein Motivirrtum vor weil das war doch in der Willensbildungsphase wo der D sich hier geirrt hat als er als die Willenserklärung ausgetauscht wurden bei der Abgabe der Willenserklärung da hat er 10.000 Euro gewollt und hat es auch erklärt also da bei Abgabe der Willenserklärung wich das Objektiv Erklärte von dem Subjektiv Gewollten nicht unbewusst ab und somit liegt hier nur ein Motivirrtum vor der D kann seine Willenserklärung nicht anfechten okay so das war fies wir kommen jetzt zu dem zu dem richtigen Beispiel Z gibt seiner Mitarbeiterin und Kunstexpertin eine Vollmacht und jetzt kauft sie das Bild sie fragt jetzt den D wie viel das Bild kostet der D sagt das Bild kostet 19.000 Euro der V als Kunstexpertin kommt das deutlich zu wenig vor was sie auch wissen musste und was sie auch weiß sie kauft das Bild trotzdem halt für 19.000 Euro ist halt ein super Geschäft und sie bringt das Bild umgehend zu dem Z dieser freut sich über das fantastische Geschäft das Telefon klingelt und der D ruft jetzt an und ficht seine Willenserklärung an weil er sich versprochen hatte er wollte nämlich nicht 19.000 Euro erklären sondern 190.000 Euro hat hat der Z einen Schadensersatz Anspruch gegen D nach 122 BGB und hier prüfen wir das mal durch Z gegen D aus 122 BGB der D hat hier angefochten eine Anfechtungserklärung liegt vor das war auch umgehend das war auch gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner hier liegt ein Erklärungsirrtum vor weil der D sich versprochen hat und die Rechtsfolge davon ist dass der D jetzt das Vertrauen den Schaden zu ersetzen hat den der Z dadurch erlitten hat dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut hat jedoch nicht über das positive Interesse hinaus ok aber hier kommen wir dann zu dem Ausschlussgrund aus 122 Absatz 2 die Schadensersatz Pflicht tritt nicht ein wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit kannte oder der Anfechtbarkeit kannte oder in Folge von Fahrlässigkeit nicht kannte und hier müssen wir dann bei dem 122 Absatz 2 BGB hier kommt es wieder auf die Kenntnis an dementsprechend müssen wir nach 166 Absatz 1 Variante 2 BGB auf die V schauen und laut Sachverhalt musste die V wissen dass das hier deutlich zu wenig ist und sie wusste das auch somit ja V war Kunstexpertin und sie wusste dass der Preis viel zu niedrig war dementsprechend ja kannte die V den Grund der Anfechtbarkeit und somit hat Z keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen D aus 122 BGB Gut hier wollte ich nochmal ein paar analoge Anwendungen ja erwähnen nämlich die wohl wichtigste für euch zumindest im Sachen im Sachenrecht ist ist im Eigentümer Besitzer Verhältnis da gibt es die Unredlichkeit nach 990 BGB und da diese Unredlichkeit die wird über 166 Absatz 1 BGB analog zugerechnet hier seht ihr auch nochmal ja einen anderen Fall wo man den 166 Absatz 2 BGB auf eine gesetzliche Vertretungsmacht anwendet natürlich dann auch analog weil 166 Absatz 2 gilt wie gesagt nur für die rechtsgeschäftlich eingeräumte Vertretungsmacht also die Vollmacht und der 166 BGB ist und das ist eigentlich klar natürlich analog anzuwenden auf rechtsgeschäft ähnliche Handlungen beispielsweise die Abnahme ihr seht ja auch ein Beispiel wenn ein Vertreter die Abnahme vornimmt muss sich die vertretene Person die Kenntnis des Vertreters von einem Mangel die nach 640 Absatz 3 BGB zu nachteiligen Folgen führt zu rechnen lassen genau und da gibt es auch noch bestimmt noch oder es gibt auch noch mehr Ausnahmen aber das könnt ihr euch im Kommentar nachlesen ich wollte euch nur hier darauf hinweisen dass der 166 BGB der bietet sich häufig für Analogien an also das ist so eine Norm die sehr analogieträchtig ist falls man was so sagen kann gut hier seht ihr dann die Kontrollfragen und das war es dann von dem heutigen Video Fragen Kommentare könnt ihr unten da lassen ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bis dann